Schau mal ob da drüben noch, ob da drüben noch alle leben. Ich vergesse die ganze Zeit auch. Das ist mega verwirrend, Alter. Ey! Äh, ich bin Sheriff. So, rein in die Olga, let's go. Na, Pfeffer ist orange? Pfeffer ist orange, ne? Let's go! Faken wir an unsere Schlüsseltask, los! Genau, alle die Schlüsseltask faken. Gibt's da eigentlich einen Shortcut, um die blaue Karte zu öffnen? Wird gern wissen, wo meine Tasks sind. Äh, was? Daniel, passt auf, dass Banshee mich nicht umbringt. Ich glaub, Maki ist im Podstar. Ich glaub eher, dass es andersrum sein wird. Willst du mich provozieren, Daniel? Ich weiß nicht, aber ich bin in deinem Kopf. Eigentlich reden wir gar nicht. Ja. Das ist Telepathie. Helfa macht eine Tasks, das ist sehr interessant. Ich geh jetzt mal raus, schau was passiert. Ja, ich hab die Tasks gar nicht. Da sehr accurate. Schauen wir mal auf, wer schloss. So hast du doch gerade eben gemacht, Raki. Ja, ich hab doch gesagt, ich hab die Tasks nicht. Ich sag's euch, äh, ihr Marsch ist ein bisschen verdächtig. das ist niemals tot jungs dann hier wollen wir noch besser gehen ich weiß was ich komme gleich ich wusste ich habe hört ihr auch die leute reden erklärt jemand interessant aber ich ganz ehrlich die anderen mitglieder die riechen ein bisschen streng kann man mit einer pfeifen ich will wenn ich leute treffe da sollen die bitte an mir pfeifen vorhanden leider nicht pfeifen ich kann pfeifen das werde ich in anspruch nehmen sehr unschuldig nein die sechs kommt da gar nicht an der stelle ist was ich war habt ihr auch gerade die pilot gehört bei der hier ich habe ihn nicht gehört ich habe gewendet und wer in dem moment war gewendet ist gehört irgendwas hat er von sich kann man das hören vielleicht ist ja jetzt wenn er jetzt in level ist das ein bisschen verdächtig ich höre ich die ganze zeit wo bist du ich habe die ich habe die ganze zeit der d-pilot stimme beim koch das ist super eklig was geht hier ab das ist gut hier hast du ein d-pilot äh noch wenn man eigentlich aufs tote hören moment kann man eigentlich aufs tote hören nur wenn du im poster bist okay das ist ausgestellt ja lass gleich zum durchgehen wenn ich den kanister aufgefüllt habe ein d-pilot geh aus meinem kopf raus ich brauche meine eltern ah ein d-pilot ist da unten drin hä ist beim baum lass uns zum baum gehen wenn du im poster bist ne dann hast mich so hart tops genommen ein d-pilot du bist hier drin oder ich höre dich auf der anderen seite der web die ganze zeit das ist super seltsam was ich höre dich die ganze ich höre d-pilot die ganze zeit reden ja ich weiß können wir nur kurz auf disco beim elektrischen mit dem pooling und ich höre nur screedy ist tot what the fuck also wie du das gehört oder was lol haben wir den nicht gesehen im laboratory screedy war gerade noch bei uns der ist aber rausgelaufen also ich kann auf jeden Fall d-pilot ich kann nicht verteidigen weil ich hab dich die ganze zeit reden hören ja ich kann auch ihn auch verteidigen ja ich kann wasch saven ja das habe ich auch gehört dann sind wir zu dritt safe ich hab dich nicht gehört ich hab n-d-pilot ich hab fast nie jemanden gesehen seit ich ins besten bin war hab ich die ganze zeit der d-pilot gehört ich höre nur eine person die ganze Zeit im game und jetzt ja im d-pilot wo liegt denn die leiche reto die liegt zwischen coms und admin draußen zwischen coms und admin kamen ich hab da keine umgebracht ja ich hab da keine umgebracht ich glaub dir auf jeden Fall selbst wenn ich ein Poster wäre hätte ich da keine umgebracht weil ich mir immer doch unsicher war ob du auch mich hörst wie lange warst du denn an den camps ähm nicht so lange also ich bin ich hab die die electrical gefixt und dann bin ich an camps gegangen äh hab dich aus the lab kommen sehen und hab äh kitzel an der liege sehen ah ok der hat bescheid gesagt ja ok herfer was hast du ich war weiterhin nur eine person herfer was hast du so gemacht ich war grad am admin table aber ich kann also ich war ganz kurz da ich war vorher im specimen ah war in aber wir waren doch im specimen dann hättest du uns entgegen kommen müssen ne ich bin pass auf ich bin im specimen und ok ich bin grad im specimen und also nicht ich bin mein gott ich war im specimen ach du hast mir wieder nicht ich hör ihn keine angst ich übersetze ich herfer sagt ich bin im Poster bitte votet mich wenn wir das mit 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 nein heffer ist heffer meint er wäre auf specimen gekommen aber dann hätten wir ihn eigentlich crossen müssen wir sind ja auch gelaufen nach lab also sollen wir grad auf wir wollten nicht wir wollten nicht bei sieben aber ich möchte nur sagen dass er nein nein ich meine ich meine auf discord wechseln also ich also ich höre heffer auch ganz normal das fixt sich nach der runde wieder ja weil ihm das wohl leckt meint er doch oder er hört uns auch ihr könnt ihn bloß nicht so richtig hören ja ein teil voll ich kann ihn hören und daniel auch ich kann ihn auch hören ich kann ihn auch hören also wow ja aber deswegen sind wir jetzt mitten beim deswegen müssen wir nicht bei 10 sekunden beim voten noch rüber wechseln so masch wo bist du ist ja klar dass wir sowieso skippen ich hoffe dass der ich hoffe dass armins stimme aus meinem kopf verschwindet ist meine auf du hörst die stimme ja also nice Daniel komm mit oh shit ich hab die ganz lange task oh ne ist jetzt unangenehm so ja das können wir machen weil ich muss ah sie ist noch da können wir vorher bei communications das labirint hier oben machen also in der nähe von communications ich hab dich gerade eben gemacht hi raki ich hab dich ich hör dich immer noch ja so da bin ich wieder raki war kriegt eh klar klar man sollte überlegen was er sagt ich war alles ja raki war gerade eben bei dem äh labyrinth wo ich war so als impfung ich geh mal einfach ein paar impfungen drauf wenn man hier dann kann man hier dann wenn man schon die möglichkeit hat ich hab äh perfekt ich hab äh elektrik hier noch eine task einfach ja stimmt los das ist so verwirrend ey hier die task dann muss ich noch gleich eine upload irgendwo machen oh lange task bekämpft wird das los das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht ich mag keine langjährigen task die machen dann einen nur so ganz leise hat man so ewig keine mehr die pilot und muscheln fühl mich relativ safe so sollte ich machen hallo heffer hm ich geh jetzt noch in ein laboratory rein heffer mir zu nah kommt kann ich ihn ab ich leid's fucking so ab ich hör da jemanden schlug der war oh mein gott äh tim ist tot wer von euch lol der war eben noch neben mir der war neben dir ja ja eben und ich hab noch endpilot gehört war er da auch halt's auf wir waren doch alle da wir wollten den halt's auf hä was passiert wer kam jetzt wer kam jetzt dazu äh äh endpilot und ich kam dazu ich hab ich hab endpilot fluchen gehört und wer nicht aber ich weiß nicht ob er da war ja ich hab ich hab dann auch was gehört da war das licht aus ich wollte licht fixen gehen auf einmal also ich bin der meinung rät was hast du jetzt ganz zum ende gemacht wo bist du lang gelaufen also wir waren jetzt die ganze lab ja jetzt ganz zum ende lang gelaufen nach links du warst mit daniel die ganze zeit zusammen ich war mit punchy und daniel war ich zusammen ja äh und wo ist wo ist punchy gestorben wahrscheinlich da wo denn da ich hab's halt nicht gesehen in lab in lab in lab da wohnt ich hab bloß report button gesehen ich hab ein leichen umzulegen gesehen ich bin halt ich bin halt nach links um das Licht fixen zu wollen ich hab halt gesehen ich hab halt gesehen der report button ist erst gekommen als reto äh ähm an mir vorbeigelaufen ist richtung licht also irgendwie wollte der grad langlaufen wir nehmen licht äh und es dann rein zufällig also das weiß nicht ich hab dich nicht gesehen also ich war pass auf ich sag euch wo ich war ich hab keinen gesehen ich hab euch nur gehört ich war unter laboratory da wo das äh wo der vent ist halt wo man da die tars macht und die waren dann quasi über mir und ich es war jetzt entweder endpilot oder reto weil wir waren halt nur da äh daniel hättest du äh oder reto und mich kann ähm sowohl raki als auch masch können mich saven ähm ich würd gern mal wissen äh daniel würde hättest du wahrscheinlich dass es reto sein könnte masch äh leider ja weil das ist halt wir waren jetzt ich höre nicht im discord jahren reden um Dings ich verstehe keinen einzigen aus Leute könnt ihr mal auf discord kommen weil heffer hört sich nicht ok moment ich hab's auch schon in den chat geschrieben aber keiner guckt in den chat ja dann kommen wir ins discord also meine these ist jetzt äh meine these ist dass es heffer und reto sind ok äh ja also ne heffer nicht ich hab ihn gar nicht gesehen ja deswegen ja ich glaub heffer hat auch keine Leute gesehen und ich kann halt wir können uns halt zu dritt saven weil ich hab 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 ja ja was soll ich denn sagen keine ahnung ich bin nicht mal halt eben noch da aber ich fühl mich auch nicht wohl aber muss es halt sein boah wie viele bauten hier denn nicht krass soll ich das verpalen wechsel wieder rüber oh shit das licht das licht muss gefixt werden wer hat grad operfekt gesagt Ich bin nicht bei Heffer. Masch, lass uns das Licht fixen. Maschi, lass uns das Licht fixen. Du fixst das Licht, ich guck dir zu. Ja, Raki, ich trau dir. Masch, bist du jetzt endlich fertig? Okay, wir sind noch 5 lustige Blobs. Können wir zu Communications gehen? Ja, komm mal. Also ich will mal was ausprobieren. Heffer? Raki, darf ich dir folgen? Warte, alle außer mir und Heffer verlassen einmal kurz den Raum. Los, ND-Pilot. Brich die Task ab. Gott, wenn ich sage, brich die Task ab, dann brich die Task ab. Ich war ein Hund. Ich war Sheriff. Nach dem Ausschlussprinzip konnten es nur die zwei sein. Ich sehe es einfach nur so wie... Was ist jetzt passiert? Habt ihr Task gemacht? Ach, der Sheriff. Ach, der Sheriff. Ach so. Ich wusste ja, dass der andere Heffer sein muss. Nachdem kein Kill gefallen ist. Also hab ich ihn einfach weggemacht. Reto, wie wir noch viel klar hatten. Ja, wollen wir den Poster weg? Das war so ein arschiger Move von Mario. Das war so ein Arschiger. Ich bin ein Arschiger. Ich bin bei mir. Ich bin bei mir von Mario. Und dann bin ich mit mir dabei. Ich bin bei mir. Ja, Liebe, was in der